Bodybuilding ist ein ganz besonderer Sport. Es braucht jahrelanges, intensives Krafttraining, strenge Diäten und mehr brause Farbe als ein Kardashian-Make-up-Tutorial, um an die Spitze zu kommen. Wenn man es richtig macht, können diese Titanen für ihren muskulösen Körper berühmt werden, doch irgendwann kommt für uns alle das Ende und auch Bodybuilder bleiben nicht ewig in Form. Von Alter und Verletzungen bis hin zu den dramatischen Folgen des Steroid-Konsums, es ist an der Zeit, einige der berühmtesten Bodybuilder im Ruhestand in Erinnerung zu rufen und zu sehen, wie sie heute aussehen. Arnold Schwarzenegger Wir fangen ganz groß an mit dem einzigartigen Arnold Schwarzenegger. Seit seinem 15. Lebensjahr hat er hart trainiert, um der größte Bodybuilder der Welt zu werden und einen der begehrten Mr. Olympia-Titel zu gewinnen. Bei dem 1965 ins Leben gerufenen und bis heute stattfindenden Wettbewerb treten jedes Jahr die größten und besten Profi-Bodybuilder aus aller Welt auf der großen Bühne gegeneinander an. Bei seinem Mr. Olympia-Debüt 1969 belegte Arnie den zweiten Platz, kehrte ein Jahr später zurück und gewann den ersten Platz. Mit nur 23 Jahren war er damit der jüngste Mr. Olympia-Gewinner aller Zeiten. In den 70er-Jahren gewann er auch den prestigeträchtigen Titel nicht weniger als sieben Mal, wobei er mit einem Gewicht von 102 bis 113 Kilogramm antrat und einen unglaublichen Brustumfang von 144 cm und Armumfang von 56 cm hatte. Aber das waren nicht nur natürliche Erfolge. Arnie sprach sehr offen über die Einnahme von Anabolika, einer Art leistungssteigernder Medikamente, die Muskelmasse aufbauen und Fett abbauen, um Leistung und Aussehen zu verbessern. Das war aber noch bevor Steroide in den 1990er-Jahren von vielen Sportverbänden verboten wurden. Nichtsdestotrotz verschaffte Arnies erstaunliches Aussehen ihm zahlreiche Filmrollen, darunter in Klassikern der 80er-Jahre wie Conan der Barbar und Terminator. Er war unaufhaltsam. Zumindest fast. 1997 unterzog er sich einer Operation am offenen Herzen und die Ärzte rieten ihm, mit dem Training kürzer zu treten. Als er dann von 2003 bis 2011 das Amt des Gouverneurs von Kalifornien bekleidete, hatte der Erhalt der Megamuskel nicht mehr oberste Priorität. Deshalb versuchten die Paparazzi jahrelang seinen schwindenden Körper zu fotografieren, aber auch im hohen Alter von über 75 Jahren ist Arnie noch erstaunlich fit. 40 Jahre nachdem er sich vom Bodybuilding zurückgezogen hat, pumpt er in seinem Fitnessstudio immer noch regelmäßig Eisen, macht schwere T-Burrows und 51 Kilogramm schwere Biceps Curls. Ich bin weitaus weniger als halb so alt und könnte nicht mehr irgendwas davon schaffen. Was für eine Ikone. Du kannst vielleicht keine Gewichte stemmen wie Schwarzenegger, aber du kannst deine Kraft mit den Like- und Abonnieren-Buttons unten messen. Hast du sie gekriegt? Super. Welchen männlichen Berg haben wir als nächstes? Ronnie Coleman Nur wenige Bodybuilder können mit Arnies sieben Mr. Olympiasiegen festhalten, aber es gibt einen, der ihm das Wasser reichen kann. Ronnie Coleman, der den treffenden Spitzen an The King trägt, hat Arnies Rekord nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen. Mit unglaublichen acht Mr. Olympiasiegen hat er zusammen mit dem legendären Lee Haney die meisten Mr. Olympiasiege in der Geschichte errungen. Und es ist nicht schwer zu verstehen warum. Mit einem Wettkampfgewicht von rund 136 Kilogramm, einer Brustweite von 152 Zentimetern und einem Bizeps von 61 Zentimetern war dieser Mann ein Monster von epischen Ausmaßen. Aber wie Arnie gab auch Ronnie zu, dass er Steroide genommen hatte, als das noch legal war. Er wollte unbedingt der beste sein, aber das hatte seine Folgen. Sein brutales Trainingsregime brachte seinen Körper an die absolute Belastungsgrenze und hinterließ bei Ronnie eine Reihe schwerer Verletzungen wie Bandscheibenvorfälle und schwere Wirbelsäulenquetschungen. Im Jahr 2020, im Alter von 56 Jahren, hatte er nicht eine, nicht zwei, sondern 13 verschiedene Operationen an der Wirbelsäule und eine an der Hüfte hinter sich. Der Schaden war so groß, dass die Ärzte befürchteten, er würde nie wieder laufen können. Aber es braucht mehr als das, um den King am Boden zu halten. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, dass er beim Stehen und Gehen Hilfe braucht, aber im Fitnessstudio trainiert er immer noch wie ein Champion. Da er jetzt nicht mehr so intensiv trainieren kann wie früher, wiegt er jetzt fast noch 90 Kilogramm, aber das meiste sind immer noch Muskeln. Hättest du von The King etwas anderes erwartet? Arnie und Ronnie ist der mächtige Jay Cutler dicht auf den Fersen. Der vierfache Mr. Olympia-Gewinner hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, was es heißt, sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Er trainiert fünf Tage die Woche stundenlang und dehydriert sich vor Wettkämpfen, um seine Muskeln schlanker aussehen zu lassen. Im Jahr 2005 hat er durch all diese Anstrengungen eine enorme Menge an Körperfett verloren und sein Gewicht in nur vier Wochen von 128 auf 120 Kilogramm reduziert. Diese extreme Gewichtsabnahme ist für viele Bodybuilder sehr wichtig, da sie ihnen hilft, ihren kräftigen Körperbau beizubehalten und gleichzeitig die nötige Muskeldefinition zu zeigen. Doch weniger als zwei Monate später, als die Show vorbei war, hatte Jay wieder auf 132 Kilo zugenommen. Das ist das sogenannte Off-Season-Gewicht, mit dem sich Bodybuilder von ihrem harten Programm vor den Wettkämpfen erholen. Sie essen mehr, trinken mehr und trainieren nicht mehr so intensiv wie im Fitnessstudio. Doch 2014 tauchte dieses schockierende Bild auf, das einen unkenntlich dicken Jay in der Off-Season zeigt. Zum Glück war das nur das Werk einiger Neider, die versucht hatten, Jays Gewicht so aussehen zu lassen, als sei er eher dick als fett. In Wirklichkeit wog er fast 136 Kilo und hatte sogar noch etwas mehr Körperfett. Heute mit knapp 50 hat Jay trotz des Ruhestands den größten Teil seiner mundströsen Masse behalten. Er ist vielleicht nicht mehr so mächtig wie früher, aber wenn ich mit 50 Jahren auch nur annähernd so aussehe, werde ich begeistert sein. Dave Palumbo Dave Palumbo ist ein bekannter Name in der Welt des Bodybuildings, aber nicht aus den besten Gründen. Zu seinen besten Zeiten wog der 1,90 Meter große Athlet über 136 Kilo und nahm von 1990 bis 2004 an nationalen Wettkämpfen in den USA teil. Sein durchtrainierter Körper wies einige wirklich massive Merkmale auf, vor allem einen riesigen Bauch. Es wird vermutet, dass dies eine Nebenwirkung des Anabolicums Human Growth Hormone, HGH, einer Substanz, die in vielen Sportarten verboten ist. Es stimuliert das Gewebewachstum im Körper, erhöht die Muskelmasse und verbessert künstlich die sportliche Leistung. Aber wenn ich Gewebe sage, meine ich jedes Gewebe, auch das in den Organen. Ärzte haben beobachtet, dass Athleten, die HGH missbrauchen, an einem vergrößerten Herzen und einem aufgeblähten Darm leiden können, wobei Letzteres dem Darm vermutlich dieses seltsam geschwollene Aussehen verleiht. Man weiß aber nicht genau, was die Ursache ist, es ist also bisher nur eine Theorie. Aber da er einen der größten Därme in der Bodybuilding-Welt hat, wurde die Krankheit Palombolismus genannt. Ich glaube nicht, dass er diesen Titel gewinnen wollte. Er hörte 2004 mit dem Wettkampfsport auf, trainierte aber in den folgenden Jahren mit geringerer Intensität weiter. So verlor er im vor der Jahre immer mehr an Gewicht und zeigt im Alter von 53 Jahren stolz seinen erstaunlich flachen Bauch. Richtig, sein Bauch ist völlig weg. Die genaue Ursache des Palombolismus ist noch nicht geklärt, aber Dave hat bewiesen, dass er rückgängig gemacht werden kann. Und er sieht auch noch richtig gesund aus, was für ein Held. Tom Platz Du kennst ihn vielleicht als Golden Eagle oder Quadfather, aber der wahre Name dieses großen Kraftpakets ist Tom Platz. Zwischen 1979 und 86 nahm Tom Platz an sieben Mr. Olympia-Wettbewerben teil und landete dabei meistens unter den Top Ten. Viele Bodybuilder beneiden ihn um seine Oberschenkel, die an der dicksten Stelle einen Umfang von 86 cm hatten. Das entspricht in etwa der durchschnittlichen Teile eines normalen Mannes. Tom wurde berühmt für sein unglaublich intensives Training, bei dem er jeden einzelnen Muskel seines Körpers bis zum Äußersten beanspruchte. Er war so gut gebaut, dass er 1993 im Alter von 38 Jahren beeindruckende 23 mal 238 Kilogramm in der Hocke stemmen konnte. Im Jahr 2015, als Tom 60 wurde, konnte man ihn immer noch in Fitnessstudios sehen, wo er Eisen stemmte. Wenn wir älter werden, nimmt unsere Fähigkeit, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten, ab, weil die natürliche Testosteronproduktion unseres Körpers nachlässt. Testosteron ist wichtig für die Synthese von Proteinen, die die Muskeln aufbauen. Aber es scheint, als hätte Tom's Körper das Memo nicht bekommen, denn mit 65 hat er immer noch richtig dicke Oberschenkel. Nicht umsonst nennt man ihn den Quadfather. Heute, wo er auf die 70 zugeht, kann man ihn immer noch im Fitnessstudio sehen, wo er beweist, dass man seine Figur halten kann, wenn man sich anstrengt. Flex Wheeler Kenneth Flex Wheeler ist eine amerikanische Bodybuilding-Legende. Er nahm zwischen 1993 und 2017 an mehr als 30 professionellen Bodybuilding-Wettbewerben teil und galt als einer der größten Bodybuilder aller Zeiten. Obwohl er mit natürlichen Mitteln begann, griff er auch zu Steroiden, um sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Doch es war kein leichter Weg. In Interviews schilderte er, wie er durch die Steroide in nur einem Monat seit der 13 Kilogramm zunahm. Das sind fast 450 Gramm pro Tag. Obwohl er mit einem Körpergewicht von 108 Kilogramm und einem beeindruckenden Oberschenkelumfang von 78 Zentimetern antrat, reichte es nicht für den Mr. Olympia-Titel, sondern nur für Platz 2 und 3, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass Flex 1999 auch ein schweres Nierenproblem hatte. Das könnte mit den Steroiden zusammenhängen, die er nahm, aber die Ärzte haben das nie bestätigt. Seitdem nimmt er gar nichts mehr. 2017 ging er in den Ruhestand und kurz darauf tauchten Fotos in Social Media auf die Zeiten, dass er sich wirklich gehen ließ. Die Tattoos passen, aber die anderen Fotos von Flex aus dieser Zeit zeigen ihn in einer unglaublichen Form, was mich vermuten lässt, dass das Foto mit dem dicken Bauch eine Fälschung sein könnte. Zu dieser Zeit hatte Flex aber größere Probleme als nur ein paar gefälschte Fotos. Aufgrund von Durchblutungsstörungen, die auf Nierenprobleme zurückzuführen waren, musste ihm 2019 ein Teil seines rechten Beines amputiert werden. Doch das konnte den heute über 55-Jährigen nicht aufhalten. Auch ohne Bein geht er ins Fitnessstudio, um Eisen zu pumpen und sich fit zu halten. Das ist ein echter Flex. Paul Dillett Nur wenige Bodybuilder können sich so fotogen in Szene setzen wie Paul Dillett. In seiner Blütezeit, in den 1990er Jahren, zog dieser Mann alle Register. Von der Sonnenbrille bis zum Gewicht er mit Zahnspange. Gott, ich wünschte, ich würde auch so gut in Hosenträgern aussehen. Mit einem Wettkampfgewicht von 130 Kilogramm nahm Paul zwischen 1991 und 2006 an über 40 professionellen Bodybuilding-Turnieren teil. Bei fast allen belegte er gute Plätze, auch wenn er beim wichtigen Mr. Olympia nie über den vierten Platz hinauskam. 1988 verriet er, dass er begonnen hatte, Steroide zu nehmen, um seinen Körper zu verbessern, darunter auch das bereits erwähnte menschliche Wachstumshormon. Fotos von Paul zeigen ihn bei späteren Wettkämpfen mit einem verdächtig dicken Bauch, aber das war nichts im Vergleich zu dem Bauch, den er sich in den 2000er Jahren angefuttert hatte. Auf den Fotos, die in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht wurden, sah Paul ganz anders aus. Seine prallen Muskeln wurden durch einen dicken Bauch und Männerbrüste ersetzt. Viele vermuten, dass Paul einfach die Steroide abgesetzt hatte, da diese Hormonschwankungen auslösen können, die den Körper dazu zwingen, übermäßig viel Körperfett einzulagern. Später verriet er aber, dass er absichtlich aus der Form gekommen war, nur um ein paar Monate später wieder sein normales Aussehen zu haben. Das Ganze geschah für ein paar Vorher-Nachher-Fotos, die dann in der Werbung für Nahrungsergänzungsmittel verwendet wurden, mit denen Paul vermutlich eine Menge Geld verdiente. 2019, im Alter von 56 Jahren, hat Paul offensichtlich aufgehört, so viel zu trainieren und wirklich den größten Teil seiner Masse verloren. Aber man muss zugeben, dass er immer noch eine tolle Sonnenbrille tragen kann. Nicole Bass Dass auch weibliche Bodybuilderinnen nicht vor dem Zahn der Zeit gefeit sind, bewies einst die Bodybuilderin und WWE-Superstar Nicole Bass. Sie debütierte 1985 als Bodybuilderin, eroberte die nationalen Wettbewerbe im Sturm und schaffte es 1997 unter die Top 15 der Miss Olympia. Mit einer Größe von 1,80 und einem Gewicht von 90 Kilogramm stach sie aus der Masse ihrer Konkurrentinnen heraus. Doch während des Trainings veränderte sich etwas in Nicole. So durchtrainiert und muskulös sie Ende der 80er Jahre auch war, in den 90ern wurde ihr Körper plötzlich viel massiver und es wirkte nicht mehr natürlich. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, hatte Nicole Alabolica genommen. Sie können zwar jedem helfen, künstlich Muskelmasse aufzubauen, aber sie können auch die Knochenproduktion im Körper steigern, vor allem um den Kiefer herum, was ihr ein kräftigeres Aussehen verlieh. Aber abgesehen von ihrem Aussehen war Nicole auf ihrem Höhepunkt so beeindruckend stark, dass sie viele männlichen Bodybuilder in den Schatten stellte. Leider können Steroide langfristig verheerende Folgen haben, die über ästhetische Anomalien hinausgehen. Im Jahr 2006 wurde Nicole mit einer durch Steroide verursachten Bauchspeicheldrüsenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte rieten ihr nicht intensiv zu trainieren und Nicole verlor einen Großteil der Muskelmasse, die sie durch Steroide aufgebaut hatte. Sie starb im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls und eines Herzinfarkts. Gesundheitsprobleme, die durch Steroidmissbrauch erheblich verschlimmert werden. Dies beweist, dass Steroide zwar zu einem großartigen Wachstum führen können, aber auch sehr hässliche Folgen haben können. Lou Ferrigno Man erkennt ihn vielleicht nur, wenn er grün angemalt ist, aber Lou Ferrigno war schon berühmt, lange bevor er Hulk spielte. Im Alter von 13 Jahren begann er Bodybuilder zu werden, um seinen Kindheitsidonen Herkules und Hulk nachzueifern. 1973, im Alter von nur 22 Jahren, gewann er seinen ersten prestigeträchtigen Mr. Universum Titel und kämpfte regelmäßig mit Arnie um den ersten Platz in vielen Bodybuilding Wettbewerben. Doch selbst mit 1,80 Meter und einem Gewicht von über 90 Kilogramm reichte es nicht für den Mr. Olympia Titel, obwohl er zweimal kurz davor war. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, von der Unterhaltungsindustrie wahrgenommen zu werden. 1977 wurde er als Hulk in der Fernsehserie The Incredible Hulk besetzt und avancierte zu einer muskelbepackten kulturellen Ikone. 1995 gab er Bodybuilding auf, arbeitete aber weiter an sich. Vor einiger Zeit postete er einige Fotos von sich in den sozialen Medien, auf denen er seinen unglaublich schlanken Körper zur Schau stellt. Aber rate mal, wie alt er ist. 50, 55 oder 67? Der Tonus der meisten seiner Muskeln ist zwar verschwunden, aber er hat immer noch eine unglaubliche Figur. Wenn man bedenkt, dass die meisten Männer jenseits der 70 etwas gebrechlich aussehen, wirkt Lou so fit wie eh und je. Ich glaube, man kann den Mann aus dem Hulk nehmen, aber nicht den Hulk aus dem Mann. Dorian Yates Bodybuilder gibt es nicht nur in den USA. Dorian Yates ist ein britischer Bodybuilder, der mit 21 Jahren begann, hart zu trainieren. Mit 22 gewann er seinen ersten Titel im Bodybuilding. Bei einer Größe von 1,70 Meter und einem Maximalgewicht von etwa 90 Kilogramm war Dorian Yates für seinen unglaublich breiten und dicken Rücken bekannt. Von da an gewann er Wettkämpfe auf der ganzen Welt und war von 1992 bis 1997 beeindruckend sechs Jahre lang Mr. Olympia. Doch wie bei so vielen Großen war das kein Selbstläufer. Vor seinem ersten Wettkampf hatte er, wie jeder Bodybuilder damals, mit Steroiden begonnen und später auch mit HGH experimentiert. Er wuchs so unglaublich, dass er außerhalb der Saison 131 Kilogramm wog. Er schien in der besten Form seines Lebens zu sein, aber dann, sechs Wochen vor Mr. Olympia 1997, wurde er plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert. Entzündungshemmende Medikamente, die er wegen einer Schulterverletzung eingenommen hatte, verursachten schwere innere Blutungen und er huftete Blut. Wie durch ein Wunder überlebte er, doch drei Wochen später riss ihm eine Sehne des Trizeps vom Knochen. Au. Er konnte nicht trainieren, hielt aber eine strenge Diät ein und gewann erstaunlicherweise trotzdem den Titel. Was für ein Tier. Trotz zahlreicher Operationen verschlimmerte sich seine Verletzungen und er beschloss, sich zurückzuziehen. Da seine Körpermechanik stark beeinträchtigt war, konnte er nicht mehr so trainieren wie früher, aber das zielt ihn nicht davon ab, fit zu bleiben. Mit seinen 59 Jahren hat Dorian zwar viel Gewicht verloren, hält sich aber mit anderen Sportarten wie Radfahren und Yoga fit. Seine Muskeln sind vielleicht nicht mehr so groß wie früher, aber die Entscheidung, sich um seine Gesundheit zu kümmern, anstatt weiter unter Schmerzen zu trainieren, ist ein wirklich großer Schritt. Jean-Pierre Fuchs In den 1990er Jahren wurde Jean-Pierre Fuchs zum Star der internationalen Bodybuilding-Szene. Der makellose Schweizer, der als einer der ersten Massenmonster gilt, debütierte 1993 und wurde nur drei Jahre später Profi-Bodybuilder. Als er sein maximales Wettkampfgewicht von 118 Kilogramm erreichte, war er ein aufstrebender Star in der Welt des Eisenpumpens. Doch 2002, im Alter von nur 34 Jahren, versuchte er für ein Zeitschriftenfoto eine Kniebeuge mit 306 Kilogramm, die schiefging. Er stürzte mit den Gewichten und schlug mit den Knie auf den Boden auf. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel zu und einen Bänderriss an der rechten Kniescheibe. Er musste operiert werden und konnte gerade wieder laufen, aber der Schaden war angerichtet. Nach einer umfangreichen Rehabilitation versuchte er, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, konnte sich aber weder 2001 noch 2003 platzieren. Seine Karriere durch einen so verrückten Unfall zu beenden, war ein trauriger Abschied, aber Jean-Pierre ließ sich nicht entmutigen. Seitdem trainiert er so gut er kann. Natürlich sind seine Beine heute etwas dünner als früher, aber von der Oberkörpermasse seiner Glanzzeit hat er sich einiges bewahrt. 2020 wurde ihm ein neues Knie eingesetzt, was ihm sicher geholfen hat, fit zu bleiben und ein erfülltes Leben zu leben. Wenn du also das nächste Mal nach einer Ausrede suchst, um nicht ins Fitnessstudio zu müssen, denk an die Geschichte von Jean-Pierre und tu es ihm zu lieb. Tom Prince Vielleicht hast du noch nie etwas von Tom Prince gehört, aber in den 90er Jahren war er nicht zu übersehen. Er begann 1997 mit professionellen Wettkämpfen und schaffte es bis 2001, sich einen Platz auf der Hauptbühne des Mr. Olympia zu sichern. In der Nebensaison wog dieser Berg von einem Mann bis zu 141 Kilogramm, aber er schaffte es, dieses Gewicht auf nur 105 zu reduzieren, als er antrat. Das ist ein Gewichtsverlust von 39 Kilogramm, fast so viel, wie ein durchschnittliches elfjähriges Kind wiegt. Das klingt unglaublich extrem, aber das war nicht ganz natürlich. Tom gab zu, dass er eine Mischung aus Steroiden und Diuretika hingenommen hatte. Letztere sind Medikamente, die dem Körper helfen, Wasser zu verlieren, was zu schlanken Muskeln führt. Und Tom sah wirklich gut aus, bis er es nicht mehr tat. Nach seinem letzten Wettkampf 2002 begannen Toms Nieren zu versagen. Viele vermuteten, dass es am Steroidkonsum lag oder am ständigen Auf und Ab der Körpermasse. Doch nachdem eine Nierentransplantation 2012 nach zwei Jahren fehlgeschlagen war, stellten Toms Ärzte fest, dass er in einer Blutkrankheit namens Fokale segmentale Glomerulosklerose litt. Da sie seine Niere zerstörte, lange nachdem er die Medikamente abgesetzt hatte, glaubte er, dass die Krankheit genetisch bedingt ist. Heute, mit deutlich weniger Gewicht, lebt er immer noch mit der lebensbedrohlichen Krankheit und geht sorgsam damit um. Aber wenn man bedenkt, dass viele andere Bodybuilder ihr Leben durch schweres Nierenversagen verloren haben, ist Tom einer der glücklichen. Bob Paris Es gibt Bodybuilder, die wirklich Grenzen sprengen, aber Bob Paris tat dies nicht nur durch die enorme Körpergröße. Er begann 1981 mit dem Wettkampfsport und schockierte die Bodybuilding-Welt, als er im Alter von nur 23 Jahren die Titel Mr. America und Mr. Universe gewann. Mit einer Größe von 1,70 Meter und einem Gewicht von 102 Kilogramm brachten Bobs erstklassige Gene ihn auf die Mr. Olympia-Bühne, wo er einige Jahre lang unter den ersten Szenen rangierte. Er war einer der wenigen Bodybuilder, die sich damals gegen den Gebrauch von Steroiden aussprachen, aber ob er wirklich tat, was er predigte, war jahrzehntelang umstritten. Doch 1989 ließ er in der Presse eine echte Bombe platzen. Er outete sich mutig als homosexuell. Heute wäre das keine große Sache, aber Bob war der erste aktive männliche Profisportler, egal welcher Sportart, der sich in den Medien outete. Und von da an war er in mehr als einer Hinsicht eine Ikone. 1991 zog er sich vom Sport zurück, um seine anderen Träume zu verwirklichen. Schauspieler, Model und Schriftsteller. Obwohl er nicht mehr ganz so intensiv trainierte, hält er sich immer noch gerne mit anderen Methoden fit, zum Beispiel Yoga. Sein Körper ist jetzt so viel schlanker, dass man kaum glauben kann, dass er mal Bodybuilder war. Ich meine, er sieht genauso aus wie jeder andere Typ auf der Straße. Und rate mal, wie alt er jetzt ist. 40? 50? Nein, über 60! Wow, ich glaube, ich muss auch mit Yoga anfangen. Frank Zane Es gibt nur wenige Männer in der Bodybuilding-Szene, die den absoluten Respekt genießen, den der Veteran Frank Zane verdient. Dieser Mann war kein Schwergewichtsriese wie Arnie, Ronny oder Jay, aber er hat es dennoch geschafft, drei Mr. Olympia-Titel zu gewinnen. Als Wettkämpfer in der Klasse bis 91 Kilogramm nahm Frank Zane zwischen 1962 und 83 an mindestens 25 professionellen Bodybuilding-Turnieren teil. Der Mann hat also schon trainiert, bevor Arnie Haare auf der Brust hatte. Allerdings trat er mit einem Gewicht von 86 Kilogramm an, weil er behauptete, dass es bei ihm nicht funktioniere, sich so aufzublähen. So feilte er nach und nach an seinem Körper und nahm an fünf Mr. Olympia-Wettbewerben teil, bevor er 1977 seinen ersten Titel gewann. Seine Regentschaft hielt zwei Jahre lang, bis er durch einen Unfall zu Hause fast 7 Kilogramm Muskelmasse verlor. Er nahm zwar weiterhin an Wettkämpfen teil, konnte aber nie wieder den begehrten ersten Platz erringen. Nach der letzten Show 1983 zog er sich zurück, hörte aber nie auf zu trainieren. Mit 65 Jahren sah man Frank sein Alter nicht an. Die grauen Haare hätten ihn vielleicht verraten, aber schau dir nur die Oberschenkel und die Brust an. Die würden auch einem 30-Jährigen gut passen. Mit über 70 Jahren hatte er immer noch ein paar mächtige Waffen, aber für jeden von uns kommt irgendwann die Zeit und im bemerkenswerten Alter von 79 Jahren scheint Frank doch etwas an Muskelmasse verloren zu haben. Trotzdem trainiert er immer noch und zeigt den Kids auf Instagram, wie man richtige Kurzhandel-Curls und Schrägbank-Curls macht. Verdammt, in seinen 80ern ist er immer noch besser in Form als die meisten 20-Jährigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hat mich motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen. Welches dieser Vorher-Nachher-Bilder hat dich am meisten beeindruckt und welcher Bodybuilder dich am meisten inspiriert? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.